Man soll lernen mit den Buchern, und man soll aufheben mit den Buchern, durch die gewaltige, größte Hachspuhe. Aber man bringt den Um, die gewaltige Hachspuhe, für den Himmel, für die Vajakshem, Aschem, Vajishma. Die Buchern sitzen und lernen, die im Gleis sitzen und lernen, in einer speziellen Vajakshem, Aschem, Vajishma. Weil die Kuss und die Seife sind, die Kugel, ihre Aschem und die Heuschen, Schumoi. Nur dass man schmier sein, auf allem, also mit seinen Kindern, mit seinen Teures Marsch sein, die schmierst, in die Teure, wo sie hängen, in Mikoyakdein, mit Bregen, Vajishma, Zitkeni, wo es klar ist, so ist Oisseg, anstatt in Dworkbetenim, ist man Oisseg, in Arboides Aschem, in den Limmel, in Ere, in die Kirchen, in der Kirchen, in den Kirchen, in die Kirchen, osehez Kalker, in die Kirchen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja Oh, 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 oh Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020